Gemeinsam sicher wird sehr positiv von der Bevölkerung aufgenommen. Wir sehen die Polizisten, mit denen man Gespräche über Probleme ganz niederschwellig auf der Straße führen kann und die werden versuchen gemeinsam Lösungen zu finden. Für die Bevölkerung und Gemeinsam sicher ganz einfach den Vorteil, dass wir als erste Ansprechpartner zur Verfügung stehen für die Anliegen, die die Leute ganz eben haben. Auf jeder Polizeiinspektion gibt es einen sogenannten Sicherheitsbeauftragten und der steht für Rat und Tat der Bevölkerung als Ansprechpartnern gegenüber. www.sportage-institut.org Gemeinsam sicher ist kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis der Polizei in Kooperation mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und mit den Bürgerinnen und Bürgern.